Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich stecke in einem Kartoffelsack. Diese Arme ist in einem Rahmen Nullstall. Hier, sieh dich gerne um. Pass gut auf dich auf. Mandora stirbt in ihren Händen. Sie nehmen das Land. Unverblut. Die Menschen vergessen. Wir sind unbesiegt. Weber. Was habt ihr zum Kämpfen mitgebracht? Farbe? Unser Eins hat es nicht nötig zu planen. Ich hoffe, die Sessor kommen klar. Ich merke, ihr habt euch nicht verändert. Du brauchst was Neues. Lass dich nicht zerstückeln. Ich wünschte, ich hätte die Bögen noch sehen dürfen, bevor die RDA kam und alles zerstört. Marissas nächster Bordturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling! In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben. Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Sessor das Lager stürmen können? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Zeswa, Kametire und Zarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Aber Mirsa hat einen Schwachpunkt. Priya? Ähm, Mirsa hat eine neue Technologie. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken. So können wir den Bordturm Lärm legen. Ich kenne sie. Übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke, aber je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit. Das wird ein langer Flug. Bereite deine Ikran vor. Sie wird alle Kraft brauchen. Die RDA überwacht sicher die Sensoren. Triff zuerst alle Vorbereitungen, okay? Und sei einfach... Kampfbereit. Ich weiß, das bist du. Aber nur für den Fall. Die Zeswa müssen sich gedulden. Dann... ist es...